Eure absolut schlechten Witze, aber wenn ein guter kommt, beende ich das Video. Dordi, ich verrate dir die ersten drei Zahlen von deiner Kiloanzahl. Alter, was soll das? Wie heißt eine Birne, die fliegen kann? Birne Maya. Ich krieg Kopfschmerzen. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölfes. Egal wie gut Rollstuhlfahrer in der Schule sind, sie bleiben immer sitzen. Oh, der kommt gefährlich. Kannst du mal Fortnite im Hintergrund laufen lassen? Bitte. Hä, das ist noch nicht mal ein Witz? Egal, ich mach's. Ein berühmtes Spiel in Afghanistan. Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet. Mh.